Herzlich Willkommen zurück zu Sekiro. Ähm, wir sind genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Hier oben auf dem Dach und wir wurden beschossen. Ich muss jetzt nur erstmal rausfinden, wer geschossen hat. Okay, ich habe zwei Gegner hier drüben. Einen mit einer Lanze da unten. Hier vorne steht noch einer direkt. Ich kann nur nicht sagen, was für eine Waffen hat er benutzt. Aber ich meine, ich kann hier an der Seite durch das Feld durch. Und hier müsste, glaube ich, noch einer stehen. Der sieht schon tot aus. Okay. Gehe ich mal hier rüber. Kann ich hier vielleicht jemanden anlocken? Keramik-Splitter war das, was ich werfen konnte. Okay. Den müsste ich mir direkt holen können eigentlich. Der hat auch... Ah, der hat den Bogen. Okay, der kommt hier runter. Da ist Nebel. Das bedeutet, dahinter steht ein Boss. Die Dark Souls-Logic verfolgt. Hey, 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 hey. Äh, können nicht geblockt oder dafür... Also Stoßangriffe können nicht geblockt, dafür aber pariert werden. Mit dem Mikiri-Konter kannst du auch Stoßangriffe kontern und bei erfolgreicher Durchführung und feindlichen Haltung mehr Schanz wügel. Das habe ich, glaube ich, geskillt sogar. Verdammt. Ah, das ist der Boss schon. Oh, oh, das ist... Ja, ich bin tot. Das ist einfach ein Boss. Verdammt nochmal. Okay, das muss ich irgendwie schlauer anstecken. Jetzt starte ich hier wieder. 600 habe ich verloren. Verdammte Scheiße. Kann ich hier vielleicht noch ein Skill in mir kaufen? Wenn ich sowieso hier bin. Ähm... Einen Punkt habe ich. Was ist das hier? Shinibi... Ah, Mikiri-Konter. Verdammt. Zwei Stück fehlen mir. Okay. Da muss ich jetzt erst mal wieder da durchkommen. Den... Könnte ich anlocken. Das... Sollte kein Problem darstellen. Der da hinten darf mich jetzt... nur... nicht sehen. Sonst habe ich ein Problem. Komm schon. Ich muss warten, bis er rot wird. Ja. Ja. Gib mir dein Geld. Oh, 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 oh. Öl. Das Öl würde ich gerne mal einsetzen. Ähm... Problem ist nur... Ich habe... ...absolut keine Ahnung, wie ich das am Rand setzen soll. Beziehungsweise... Ah, ich habe doch... Warte mal. Ich probiere es einfach aus. Gegenmittelpulver. Okay, Gift. Das hier sollte ich vielleicht für den Boss einsetzen. Das hier... Äh... Anzahl im Besitz. Vier von fünf. Ich setze mal so... Ach, nein. Verdammt. Das kommt hier hin. Und... Hier kann ich direkt einen einsetzen. Wo ist das Öl? Verdammt nochmal. Okay, ich habe zwei Bogenschützen. Das ist jetzt nicht so gut. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe doch hier... Ach, komm. Moment. Ah, ich bin tot. Nein. Nee, komm. Oh mein Gott. Moment. Okay. 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 Puh, mit frischer Energie und Konzentration jetzt auch mal hier richtig, ja? Ach, das ist doch scheiße. Ihr habt mich nicht gesehen. Die da ja sowieso nicht. Okay. Ich kann den natürlich hoch. Ich könnte aber auch wieder den Umweg nehmen, den ich letztes Mal genommen habe. Beziehungsweise es ist ja kein Umweg, es ist ja eigentlich sogar eine Abkürzung. Das hat natürlich jetzt niemand mitbekommen. Ich warte jetzt einfach mal hier. Okay, das hat zwar nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Aber es hat funktioniert. Das setze ich nochmal ein. Den kann ich mir jetzt auch eigentlich so holen. Kein Problem. Okay. Ich bin so leise. Niemand sieht mich kommen. Was ist das hier? Ah, ein Konfekt. Konfekte sind immer gut. Hey, ihr seht mich nicht. Ich bitte euch, ja? Hier muss ich mich ja sowieso wieder durchkämpfen. Das kann doch nicht sein. Das hat jetzt keiner mitbekommen. Hoffe ich mal. Ich hab... Ja. Ach, das macht... Ach, so. Kann ich... Den einfach anlocken? Ne, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon ausprobiert. Das geht dummerweise nicht. Komm. Trau dich. Weg ist er. Ich geh jetzt mal hier hinten rum. Äh. Den hab ich komplett vergessen. Kann man, was der jetzt gesagt hat. Hey, hey, hey. Kann ich nicht... Mal gucken, wie weit das geht. Nicht sehr weit. So wie's aussieht. Na gut. Alles klar. Hey, 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 hey. Okay. Ich geh einfach mal. Das gibt's doch nicht. Ey. Ich... Ich seh hier überhaupt nichts. So, ich bleib hier jetzt einfach. Ist mir egal. Ich kann machen, was ich wollen. Ey. Hallo. Ich werd hier von allen Seiten belagert. Das ist nicht so geil. Vier Leute sind das. Hey, hey, hey. Hey. Puh. Also manchmal... Wollen sie es aber wissen. Ich hab immer noch die Besoffenen hier an dem Lager. Das ist nur... Achso, das ist nur noch der eine. Theoretisch hätte ich jetzt zwei Punkte, aber... Das ist ein... Das ist ein richtig dreckiger Move. Weißt du, Sand ins Gesicht streuen? Das ist ein... Das ist ein Arsch-Move. Okay, mit dem haben wir schon geredet. Mehrmals. Dem auch. Das hat er garantiert im Schimpel kommen. Komm schon. Komm schon. Das hat er denn her. Den hätte ich überhaupt nicht mal auf dem Schirm. Ich hätte gerne... Ein paar Heildinger. Aber ich hab gar nichts. Nee, das ist wieder der Räuber. Wer uns nichts geben will. Ah, hier hinten vielleicht. Hier war ich... Ah. Verhüllte Jitsu-Statue. Kleines Buddha-Abbild in rotem Stoff. Im Gebet zwischen den Händen gehalten, stellt es eine Einheit Auferstehungsmacht wieder her. Das Einhüllen an der Jitsu-Statue... Steht für elterliche Liebe. Der schützende Stoff soll sicherstellen, dass das kleine Wesen ein friedliches Leben hat. Das ist gut. Soll ich es ein... Ich setze es ein, weil... Dann hab ich zumindest eine Ladung schon mal voll. Ich muss noch... Das ist, wie gesagt, die zweite Session überhaupt. Ich muss noch so ein bisschen... Reinkommen. Was das Kampfsystem angeht. Weil es halt ein komplett anderes ist. Als bei Dark Souls zum Beispiel. Da soll die herkommen. So einfach geht's. Wenn man... Genug von den Dingern hat... Funktioniert's auch. Okay, da sind wir wieder... An dem Punkt. Eine ganze Viertelstunde... Für nichts. Das ist der Boss da vorne. Den muss ich auf jeden Fall... Alter! Siehst mich nicht. Ich verstecke mich einfach hier unten. Ne, wo komm ich denn jetzt? Ich will da hoch. Ich muss erst auf den Baum und dann... Vom Baum hoch... Äh, vom Baum aus... Hier hoch. Ergibt Sinn. Ich hab... Was anderes zum Heilen hab ich nicht. Haltung und Identität... Äh... Handvoll Asche benutzen. Kurzzeitig abzulenken. Das ist auch dasselbe wie das hier, oder? Warte mal ab. Warte mal ab. Also... Da scheint's nicht viel Unterschied zu geben. Verdammt. Der wird mich jetzt so immer verfolgen hier. Der muss sein Interesse an mir verlieren. Ich muss da rüber. Aber ich komm nicht da rüber, wenn der immer noch seine Augen hier auf mich gerichtet hat. Da hab ich nämlich ein Problem. Okay. Kann ich... Kann ich das da unten einsam bleiben? Das geht tatsächlich. Ich müsste den hier vorne ausschalten, ohne den da hinten zu alarmieren. Geht der da hoch irgendwie? Warte mal, der läuft. Läuft der hin und her? Nein, der kommt immer in eine Richtung. Das ist auf jeden Fall der Boss, also... Da muss ich aufpassen. Kannst du mal... Bitte weggehen? Ich will dich hier nicht. Wenn ich darüber gehe, sieht der hier vorne mich auf jeden Fall. Ich muss den hier vor mir direkt... ...ausknipsen als nächstes, sonst hab ich keine Chance. Weil wenn ich den triggere... ...kommt auf jeden Fall... ...kommt auf jeden Fall... ...probiere es einfach mal. Das hat niemand gesehen. Hey, hey. Was machst du denn? Was machst du denn? Was machst du denn jetzt? Hier wollte ich auf jeden Fall hin. ...kommt hier hinten irgendwie weiter? Vielleicht irgendein Secret? Hm. Hm. Okay. Hö! Hä? Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hier bin. Ach, guck mal einer an. Kann ich ihm denn lauschen? Ich glaube, wir haben gerade eine absolute Abkürzung gefunden. Vielleicht... Okay. Wir haben hier hinten einen. Hier vorne steht noch einer. Sind die hier? Okay, die sind nicht allein. Ich müsste wirklich von hinten anfangen, die auszuschalten. Das ist, glaube ich, das Sicherste. Wieviel gibt's denn hier überhaupt? Oh, das sind ein paar. Das könnte ein Problem werden. Okay. Das könnte echt so ein Problem werden. Ähm. Okay. Wo würde es denn hier lang gehen? Wie komme ich denn hier überhaupt hin? Sag mal... Oh, fuck. Nice. Ja, ich hab zwar B gedrückt, aber irgendwie... Wollt er nicht so ganz. Fuck. Oha. Oha. So viel Kohle. So viel Geld. Ich muss es... Ich muss es kaufen, dass ich das, äh... Dass ich das kicken kann. Also, ähm... Kontern. Nicht kicken. Okay. Das Sembleme habe ich genug. Ach, das war ja das hier. Ähm. Ich muss es echt mal versuchen, ohne, weißt du, ständig drauf zu gehen. Ich muss es schlau anstellen. Aber... Ja, für die, ich sag mal, ersten drei Stunden Spielzeit... Ich lerne das gerade erst kennen, richtig. Kannst du mich verarschen? Werd doch rot. Ach. Kannst du mich mal... Ich muss den hier oben kriegen, irgendwie. Werd ich mal... Werd ich mal... Die muss ich sowieso alle kriegen, daher. Ich meine, wenn... Wenn ich eine Möglichkeit habe, dass die mich nicht mehr sehen... Könnte ich auch dran vorbeischleichen... Und einfach sagen... Okay, ich kämpfe nur gegen den Ganzen da hinten. Aber... Ich glaube, das steht nicht so zur Debatte. Ich probiere einfach nochmal was. Ich würde nochmal gucken, was da so rumläuft. Hey, kletter doch hoch. Okay, ich habe mindestens... Warte mal, zwei. Hey, hey, hey. Das ist nicht nett. Ah, ich bin komplett... Haben die... Was... Was ist das denn? Was haben die mal auf mich geworfen? Weg ist weg, oder? Ja.